Fire-Ex-Flex, du hast recht. Wir können nicht über Alligatoren und Krokodile reden, aber die Kaimane vergessen. Sie sind relativ klein im Vergleich zu echten Krokodilen, ihren Verwandten. Zwei Meter werden sie lang und leben in den USA, in China, aber auch in Südamerika. Je nach Art sehen sie mehr oder weniger erdig aus, also grün-braun-gefleckt. Ist ein Kaiman gut gelaunt, dann ist er dunkler, wenn er Ärger hat, dann wird er heller. Die meiste Zeit chillen Kaimane, aber im Wasser oder auf Sandbänken, da können sie ihre Körpertemperatur und ihre langen Schnauzen am besten warm halten. Apropos Wasser, Kaimane tauchen ziemlich gut und wenn sie das machen, klappen sie ihre Nasenlöcher zu und können so über eine Stunde unter Wasser bleiben.